COPYRIGHT UNTERTITELUNG Ihr aus ganzer Wohnen und nicht aus ganzer Kapsel. Großer Unterschied. Aber gerne noch. Jetzt kommt der kalte Milchschon. Ein Cappuccino bitte da. Bitteschön. Der Milchschon ist kalt, ja. Schönen Tag, bitteschön. Ja, selbstverständlich. Das werden wir probieren. Schönen Cappuccino. Immer warm. Anders geht's nicht. Nehmen wir die Cappuccino aus. Haben Sie gesagt, mit Karamell. Machen wir Karamell. Und die ganze Sache wollen wir geeist haben. Dann nehmen wir Eis aus. Die Produkte ist auf Start. Erstens kommt der Espresso. Wird natürlich ganz schnell runtergefüllt durch das Eis. Und dann kommt der kalte Milchschon. Das ist jetzt ein Cappuccino mit Vanillegeschmack. Ein kalter, geißler Cappuccino. Das ist ein Problem. Schauen wir mal wieder Herzen. Ja, das ist eine Schlaganfall. Ja, das ist eine Schlaganfall. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Kann selber dazu haben. Möglich hier zum Beispiel Karamell, Vanille, hier. Geräusche. Oh, ja, das stimmt. Hier hat es ein Karten. Das ist ein Karten. Alles Karten. Das ist eine Karten. Das ist ein Karten. Oder was? Ach, das ist ein Karten. Die Karten. Kannst du mal halten? Ja, das ist nett. Man kann alles mögliche entsprechen. Das ist nett, aber wenn der Kunde so was auch schnell bekommt, schnell gemacht und sehr kompliziert aus, aber man kann das schnell machen. Das ist ja einfach Kaffee. Das ist auch der Lifestyle. Wenn die Kunde so was befassen, dann streckt sich so was auf. Dann darf ich das getappeln? Ja. Wünferdein. Wünferdein.